Maria Höfe-Riesch ist im letzten alpinen Skirennen ihrer Olympiakarriere leer ausgegangen. Die 29-jährige Garmisch-Partenkirchnerin lag im Slalom bei den Winterspielen in Sochi nach dem ersten Durchgang noch auf Platz 2, büßte den Podestplatz aber noch ein und lag am Ende auf dem vierten Platz. Zu Bronze fehlten ja 38 Hundertstel Sekunden. Gold ging an die erst 18-jährige US-Amerikanerin Michaela Schifrin, Silber und Bronze sicherten sich die Österreicherinnen Marlies Schild und Katrin Zettel.